Jahre kommen und Jahre gehen Im 14. Jahrhundert hieß es schon Gagstadt, Hagstadt, dann hieß es Jagstadt und später dann wieder Gagstadt. Als Kinder. Es waren Holzspachteln. Oder Fußballspiel. Oder mit den Werbeln. Nach der Schule ist man mit aufs Feld. Da wurde Schmittler reingestellt, als Kind. Und wenn du nicht laufen bist, der wohl hinten nachgekommen ist, dann hat er ein Fies reingekriegt. War eigentlich schöner wie heute. Wir haben eine Molkereigenossenschaft gehabt und haben hier auch noch Butter gemacht. Zusammenkommen sind es, als wenn früher noch Milchzolde hoch war in der Wirtschaft. Die Band war dann noch im Wohnzimmer. Gerade Veröffnungszeiten gebe. Die Leute sind in Kummer nach Feirauben. Wir sind auch morgens vor der Kirche, nach der Kirche, je nach Frieschopen. Also in den 20 Jahren, die ich hier in Jagstadt war, haben wir eigentlich dauernd an der Kirche herumgewerkelt. Da sind Bolle dabei gewesen, da hat der Bulldog hinter den Dräder geklopft. Das ist jetzt schwer, ich habe alle Worte dabei. Super, etwas feucht, aber so. Also auf Anfuß kannst du nicht stehen. Das geht, ne? Es gibt nur ein Gagstadt und das ist gut. Das ist doch schön. Was soll das?